7 Days to Die So, also in die Richtung Boah, und Nebel Oh, ein kleiner Stein So, schauen wir mal Oh, ein kleiner Stein Ja, es ist noch düster, aber wir brechen zeitig auf um früh nach Hause zu kommen Ja, okay Er keucht schon wieder So, was war da? Da war was? Da war, ah, eine Snowberry plant Eine Snowberry So, Stein Super Kann ich schauen Und ein Stein So, wir laufen das Tars entlang So, hier Hier, 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 hier Oh, hier Oh, Eisen gefällt mir ganz gut Äh, da werden wir nämlich dann auch noch Oh Gleich in der Früh eine Quest erledigen So Äh, da können wir nämlich Stacheldraht noch draus machen Und wenn wir Spaß dran haben Unser Haus absichern Und ich hoffe Das wird alles gut So Ja, hör auf zu bluten So Der Geier kreist schon über mich Super Probieren wir das mal So Ja, wobei der sehr weit weg ist Ups Das wollte ich gar nicht So Aber Den unterlegen wollte ich Super viel Fleisch Verrottetes Oh So Na, Gott sei Dank Ja, die Frage ist Können wir die Quest jetzt noch erledigen? Ja Ja, wir kriegen das hin Oh, ja Geld Super Stein Oh Der Zombie Der Zombie, der aus der Sonne kam Oh, komm Du brauchst das doch Du brauchst es Ja Aber ich kann nicht So Das war gut 800 XP Ja, würde ich gerne noch einen zerlegen So, da vorne sind ja eh genug So, wenn ich dir jetzt so am Kopf hau Also So Das magst du nicht, gell? Nein, das magst du nicht 550 Ich glaube ich muss mehr drauf achten Wie viel XP ich kriege für die Sachen So, weil dann könnte ich ja sagen Also Sie hier Wobei es sind zwei jetzt Ja Man merkt Ich bin vielleicht in Kampflaune Was, die steht gar nicht mehr auf jetzt? Interessant Er steht sicher wieder auf Ja, ja Nein, 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 nein Gehst du weg 550 Super So, wir brauchen ja ohnehin XP XP, 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 XP So Machen wir wieder Eisen Sehr gut Und Eisen So Super Ja, okay Ich mach mich auf den Weg Hm So Etwas drüb heute mit der Sonne und so So Das soll ich clearn Gut Betten, da sind diese Vögel drin Und ich hab keine Das Kann man das noch Ja So Steinachs reparieren Ja Die kann ich ja nicht reparieren genau Brauchen wir aber auch nicht So Ähm Wie sehen denn meine Stats aus Wasser ist gut Nach und können wir vertragen Wollen wir das Essen Wir werden das Essen benutzen Super Also Ich bin mit allem hier einverstanden Außer Vögel Und Hunde Wobei Hunde noch eher gehen als Vögel Will ich da hin? Will ich da überhaupt hin? Sollte ich jetzt looten? Sag mal Ist das Gras oder ein Vögelchen? So Das finde ich gut Ist da nur einer? Weil So Ich schau mir das nochmal an Von der anderen Seite Wir haben ja Zeit Schön langsam Okay Okay da steht einer Ist das noch ein Vögelchen? Ui Hab ich verzogen Sorry Na klar ist das noch einer So Verdammt Komm mal Sehr gut So Wenn wir mal Ja So Wieder viele Federn Ich meine wir haben viele Federn Aber Und den Typen könnte man da auch noch Jetzt haben wir zwei Vögelchen schon eliminiert So Holen wir uns den Typen noch So Komm mal her Ja ja Du kannst noch nie herkommen Bitte So Super R15 haben wir noch Komm noch nie her Komm Komm hier raus So Super Dann machen wir das so Weil wir gerade hier sind Das ist eh Der kommt nicht mehr Die hat mich erschreckt Die Dame Ja Ja So Ja ja Bleib liegen aber So Wie sieht es aus im Inventar? Ja okay Ich habe noch Platz Und jetzt? Der kommt hinter dem Haus vor Hm Ja ja So Ja komm schneller Ich muss hier weiter tun So So Da ist die Krankenschwester drin Super Also Ah So Und So Du bleibst aber nicht liegen Nö Wenn ich dich liebe Bitte Bleibst du dann liegen? Ja So Die Krankenschwester Können wir ja eigentlich auch Erreichen wir die von hier? Jetzt können wir ihren Kopf Oder in den Rücken schießen Das wäre beides in Ordnung Sie sucht sich noch aus Wo sie hingeht So Super zählt Steckst du da fest? Ich werde dir helfen Ja Du kannst da nicht drüber springen Super Okay Okay Da ist noch keiner Sehr gut So Die Eisenstange Könnte man natürlich Gut gebrauchen Aber So Wo Na klar Wo Super Schuss, oder? Das war schon schön. So, einer ist da noch. Nein, nicht abdrehen. Komm mal. Ja, jetzt zu mir. Ich trau mich nicht. Nein! Super. So, drei auf einmal war aber fies. Also. So. Den nehmen wir auf mit. Super. Leider keine Steinpfeile mehr. Oh doch. So. Gut. Dann haben wir die erledigt. So, jetzt haben wir ganz schön viel Stoff bekommen. Mit diesem Sessel hier. Der bringt auch Holz. Okay. Oh ja. Loot. So, und jetzt? Moment. So. Ja, Mädel. Kommt zum Feuer. Ja, aber sonst? Ach so, das andere Zelt. Ja. Das andere Zelt, oder? Ja, klar. Aber sag ich so. Ja, er. Ich brauche definitiv mehr Pfeile. Ja, ich brauche definitiv mehr Pfeile. So. Oh, den Müll haben wir durchsucht. Schade. Ich könnte ein Grillgitter gebrauchen. So, was ist, wenn ich das abbaue? Hier kriege ich mein. Hey, super. Ich nehme euch alles. Super. So. Ernten. Ernten in der Apokalypse. Super. So, will ich alles haben. Oh, da steckt ja noch ein Pfeilchen von mir. So, was mit dem Bett? Irgendwie. Hm. Super. So. Die Fachkiste. Working stiff. Gut. Äh, Quest erledigt. Talk to the Trader. So, was haben wir da? Ja. So, was tut gut. Die hätte ich gern. Kann ich aber nicht nehmen. So, da ist nichts. Da ist noch ein Zelt. So. Hm. Ein Chemietisch. Ja, ganz toll. Hilft mir aber nicht. Boah. Einen Eisenvorschlag haben wir. Reparieren. Leider. Eine Schaufel. So. So. So, was findet man da? Brown, green. So. Dann haben wir hier noch Müll. Oh. Ja. Ja. So, da schauen wir noch rein. Weil, da bekommen wir Textilien. Super. Gegenstand muss repariert werden. Na gut. Dü, 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 dü. Reparieren. Super. So, was wir hier auf jeden Fall tun wollten, natürlich. So, da haben wir noch einen Müllhaufen. Der ist aber leer. So, wir schauen auf die Map, weil... Ähm... So, ich glaube, das Wasser ist da unten. Das holen wir uns gleich. Dü, 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 dü. So. Und schon haben wir die Trader-Sache erledigt. Ein paar Federn. Da geht es aber ganz schön steil runter. Dü, 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 dü. So. So, wieder ein bisschen Eisen holen. So, es ist Tag 5. Ich bin gespannt. Ja, ja, ja. Ist ja gut. So. So, äußerst vertrauenserweckend. So, also. Ähm... Die legen wir da rein. So. Und zwar... Mit dem Wasser. Super. Endlich drüber das Wasser. Wollten wir die ganze Zeit haben. So, nass bin ich auch. Gut. Dü, 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 dü. So, ein bisschen Eisen. Clear the area. Return to the Trader. So, das machen wir. Aber bevor wir zum Trader zurückkehren, kehren wir natürlich zu Hause, äh, zu Hause, nach Hause zurück. Bringen den Loot back. Bringen den Loot back. Dü, 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 dü. So. Na, dann freue ich mich. Hat gut funktioniert. Schöne Quest. Oh. Super. Ein Ei. Da, 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 da. Ja, jetzt ist er wieder immer erschöpft. So, I'm on the road again. Ja. Aber da ist ein Stein. So, das muss ich ihn doch glücklich machen. Da ist ein Stein. So, viel Müll. Auf einmal keine Zombies mehr. Hm. Ob das was bedeutet? Es ist so still wieder. Äh, so still. Ja, gut. Ein Müllhaufen. Ja, äh, ein leerer Müllhaufen. Du musst vorher nachsehen. Das steht doch I da. So. Eine Schraubenfeder. No, was ist im Blauen drin? Vielleicht auch eine Schraubenfee. Oh nein. Hm. Und wieder Benzin. Wir brauchen ja, pfff. Unendlich viel. Pfff. 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 So. Was ich gar nicht weiß und noch nie ausprobiert habe, weil, wie gesagt, weder gespoilert noch sonst irgendwas. So. Wenn ich jetzt den nehme. Okay, gewinne ich gar nichts. Aber ich kann die Sache zerstören. Gut. So, dann legen wir den wieder weg. Wobei, der wäre Hammer. Äh, der ist nämlich Hammer. Melee Damage 42, 21. Der wäre Hammer zum Draufschlagen. Aber ich kann ihn nicht reparieren, wenn er dann mal kaputt ist. Und da, da mache ich mir ja immer diese Gedanken. Wenn der kaputt ist, kann ich ihn nie wieder reparieren. Ich meine, ja, okay. Wir werden einen anderen fielen. Aber. Ach. Meine Sorgen darum. So. Ja, 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 ja. Da keucht er gleich wieder. Da keucht er wieder. So, zurück. Sachen ablegen. Vielleicht kann man auch das Wasser ins Wein schon abkochen irgendwie. Also irgendwie, äh, ganz einfach sogar. So. Wie viel haben wir denn eigentlich mit jetzt? Sexy, oder? Sexy. Jo. Die Schaufel ist auch super. Ja. Und so graben wir uns. Unser eigenes Grab. Super, oder? Geht total auf die Ausdauer. Aber ist super. Schön. Da kann man so eine, eine Rinne graben. Hat auch was. Sehr gut. So. Ja, das eine Teilchen will ich noch. Wobei, jetzt muss ich das weggeben. Moment. Ich brauche Wasser. Benutzen. Oh, die lehmige Erde legen wir, legen wir da her. So. So. Das eine will ich noch wegtun. Ja. Und warum, weiß ich jetzt auch nicht. So, gefällt mir. Nein, das muss auch noch weg hier. Gut, ich lasse es. Ich lasse es nicht. Nein. Wahnsinn, oder? Super. Eine Fallgrube. Interessant. Interessant. Gut, ich hoffe, ich laufe mir da selber nicht in die Fallgrube irgendwann mal. Ja, komm. Ja, im Regen will ich gerne drinnen sein. Nein, eigentlich will ich ja nur die Sachen ablegen. So, oh, 22 Minuten. Ui, 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 ui. So. Ich schaue da immer, ob das echt dicht ist noch. Ja, super. So, was ich auf jeden Fall... Oh, das will ich vorher noch machen. Und zwar... Ähm... Habe ich Holz mit? Ja. Nehmen wir da was rein. Äh, Flasche Wasser. Ich werde gleich alle machen. Und da würde ich sagen, ja, die Eier da rein. Das da rein. Ja. Wir tun einfach mal alles da rein. Sortieren. Wie gesagt, kann man ja in der Nacht. So, das. Die lehmige Erde. Super, 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 super. Oh, alter Stuhl. So, und sortieren wirklich in der Nacht. Weil, das muss ich nicht jetzt tun. So, dann schauen wir da noch... Ob wir, äh, noch Eier haben. Ja. Wir nehmen ein Wasser mit. Wir nehmen... Wir nehmen... Wir nehmen... Ein Ei mit. Super. So. Und in der Nacht kümmern wir uns um den Rest. Dü, 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 dü. Weil es ist halb eins und ich möchte noch zum Trader zurück. Aber, meine Lieben, äh, zum überaus maskulinen Trader werden wir in der nächsten Folge reisen. So, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Tschüss.